Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part The Walking Dead Season 2. Episode 4 ist draußen und ja, ich konnte sie gerade runterladen und natürlich stürze ich mich gleich in die Geschichte hinein, nehm euch mit und wir schauen mal, wie es mit Clementine weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir bekommen jetzt wieder einen Rückblick. Es ist ja schon doch etwas her. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich erinnere mich. Telltale Games präsentiert in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment, The Walking Dead. Oh mein Gott, das ist ja schon. Oh mein Gott, das ist ja schon. Ah, Kenny Lover. Ja, dann... Ja, ach Mensch. Ähm... Oh Gott, ja, dann lassen wir sie nicht hier, dann pack sie halt auf den Arm und los, geh einfach. Oh nein, ich will die aber auch nicht töten, bitte. Oh Gott, scheiße, ey. Oh Gott, oh Gott, Kenny wird mich so hassen. Oh Gott. Oh Gott, das tut mir leid. Ja, so ist es dann halt. Oh Gott, das geht schon wieder gut los, ne? Ich sag es dir. Ja, Luke ist auch nicht... Oh nein, angeschossen. Ey, das ist doch eine Kacke. Okay. Langsam durchlaufen am besten. Langsam durchlaufen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. und QQQQQQQQQ und E. Diese Quicktime-Divents, ne? Ich sag es euch. So, und jetzt langsam durchgehen. Ganz langsam. Komm schon, komm schon, komm schon, Clem, das schaffst du. Ach so. Du's schaffst es. Ganz ruhig. Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ganz ruhig. Wir werden da nicht rufen oder irgendwas. Okay. Ähm, wir müssen die anderen finden. Wir müssen weitergehen. Oh, Gott. Ähm, alles wird gut. Nicht wirklich, ne? Ähm, oh, 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 oh. Ich seh nix, ich seh nix. Ich kann nicht, ich find nichts. Ich... Oh, Gott. Ach, da hinten. Oh, mein Gott. So ein wirkliches Opening war das für mich, ne? Aha. Ja. Ja, sie hat recht. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weitergehen. Ja, die Jane hat schon recht. Ähm, okay, lass uns auseinander. Sie hat recht. Also das passt schon. Genau richtig. Oh, Rebecca, ey, jetzt kommt schon. Ja, geh da langsam durch und fertig. Äh, was? Was ist ein Cowcatcher? Okay. 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 Ähm, so. Attention habe ich doch jetzt, ne? Okay. Ugh. Okay. Okay. Alles klar. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ganz ruhig. Schön hinten dranbleiben. Da, 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 da. Alles wird gut. Scheiße, ey. Rebecca hätte ja auch einfach mal gehen können, ne? Also, statt da so einen Aufstand zu machen. Let's go. Ja. Danke, Jane. Oh, Gott, Kenny wird mich so hassen. Episode 3. Ne, ich bin der, am festen Überzeugung, ist das Episode 4 schon? Okay. Puh. Wo ist denn der Rest? Also, uns fehlen... Ähm... Ähm, alles klar bei dir? Ja, hofft. Ja, hofft. Ja, hofft. Ah, ich habe keine Walker weiter gesehen, irgendwie. Ja, der hätte doch nicht mitgehen können. Ja, und Jane hat uns auch gerettet, ne? Also... Das fehlt jetzt noch. Okay. Ach ja. Oh Gott, ist denn alles okay? Also... Ja, ich meine, wenn sie halt ihr Kind kriegt, kriegt sie ihr Kind. Also so eine Entwicklung geht ja nicht innerhalb von zwei Minuten, ne? Ah ja, wir werden da schon alle drauf aufpassen und fertig. Also... Das ist das Problem. Du kannst nicht immer alle aufpassen. Und du denkst, dass ich nicht genug bin? Nur weil du eine wunderschöne, die nicht interessiert von jemanden, aber sie selbst, das bedeutet, dass du besser wissen, als ich. Hey! Ich habe es gesehen. Nachdem es angefangen hat, ich und meine Freundin... Also, ich geh lieber mit Jane mit... Ähm, Jane, warte! Ach, Mann, oh! Na, das geht ja schon wieder gut los. Ich finde die nämlich sympathischer. Echt? Oh Gott, wie geht's Kenny? Ah, Kenny? Ja... Ach, Scheiße, ey... Ach, Scheiße, ey. Ach, Scheiße, ey. Ich hab's so schon gesehen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Ja, klar. Ja, ähm... Okay. Zorita, Gott, wherever you are, please forgive me. I can't be alone again. Hi, Kenny. You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? Hey, it's all I hear from anyone anymore. Ähm, oh Gott. Ähm, puh, es tut mir leid wegen Sarita. Äh, ja, sauer sein hilft auch nicht. Ähm, oh Gott, ey. Wir wussten nicht, was wir machen sollen und überhaupt... Okay. Ach, Mann, oh. Beschissen? Äh, Kenny's echt zauber auf mich. Kenny's really mad at me. Clem, you can't just expect him to bounce back. That man's going through. At least you try. Still, doesn't exactly help us figure out what we're gonna do now. We got no food, no water. It's getting damn cold. And we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. Ja, hoffentlich. Ja, wir sollten weitergehen. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das klingt nach einem Plan. Vor allem mit Jane, glaube ich, auf die kann ich mich verlassen. Wenn jetzt noch Luke kommt, dann passt das, glaube ich, schon. Oh, Gott. Listen, Rebecca, if anything goes wrong here, you got something to protect yourself? I've got this. You don't think I'd need to... I don't know. But you better keep that close. Ja. Come on, Clem. Pool. Pool. Look. I'm going to level with you. There's no real point in scouting ahead. And you should know that finding your friends, that's a shot in the dark. Okay. Ja, wahrscheinlich. Wir machen hier jetzt an dieser Stelle bei dem Gespräch mit Jane dann im nächsten Part weiter. Und dann gucken wir mal, wie wir das da hinkriegen und ob Kenny sich wieder fängt. Ich hoffe es auf alle Fälle sehr. Ich finde den Start in die Episode auf jeden Fall schon mal grandios und freue mich auch schon darauf, wie es weitergeht. und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.